Wer braucht schon ein Drehbuch? Heute wird improvisiert. Wir sind zurück in Barcelona und die Arena ist ausverkauft! Das ist Netz! Drei, zwei, eins, los! Dann mal los! Jetzt kommt Magie ins Spiel, Leute! Wumms! Jeder Punkt zählt und du bringst jede Menge nach Hause! Komm schon, steck mal mehr Wumms rein! Kein Grund für Samthandschuhe, nur weil der Gegner zu Fuß ist! Ein Teammitglied hat gepunktet! Hey, am Ende wird alles geteilt! Kein wirklich fairer Kampf, All-Star-Fußgänger anzufahren! Jemand aus deinem Team hat euch zur Führung verholfen! Und hier sieht es leicht aus! Das Team hat begonnen und du hast es beendet! Spektakuläres Ende für einen Team-Abgang! Das war mehr ein freundlicher Klaps als ein echter Rums! Ich sehe, Blue Fang hält einen Breaker bereit! Redder ist bereit, stolz loszuschreddern! Woo! Redder ist bereit für seinen Auftritt! Die Konkurrenz ist dicht auf den Fersen! Und hier sieht es auch aus! Das ist kein Problem! Die Konkurrenz ist tief in der Spitze! Oh ja! Vorne aber nur um Haaresbreite. Die Konkurrenz ist dicht auf den Fersen. Nicht hinsehen, dieser Knallgrade hat der Konkurrenz die Führung verschafft. Jo, jetzt drehen wir mal auf. Es war ein lässiger Teamabgang und du hast deinen Teil beigetragen. Lassen wir sie leiden. Und wir sind zurück für eine neue risikoreiche Runde Blitz. Drei, zwei, eins. Bereit den Breaker zu entfesseln. Dann mal los. Jetzt kommt Magie ins Spiel, Leute. Spannungsgeschäte Spannungsgeschäte Sch rum, von Kultse Pritt, wenn wir es hierака Oreos feedbart, ging ein. Spannungsgeschäte Schöner, leichter Käfer. Schöner, leichter Käfer. Schöner, leichter Käfer. Schöner, leichter Käfer. Heldenfahrzeugbreaker bereit. Ich bin so aufgeregt. Schöner, leichter Käfer. Heldenfahrzeugbreaker bereit. Eine solide Verschrottung. Auto voll auf die 12, mitten rein. Schöner, leichter Käfer. Schöner, leichter Käfer. Schöner, leichter Käfer. Komm schon, steck mal mehr Wunsch rein. 30 Sekunden noch! Dreht sie zurück und verneigt euch vor der Königin! Wundet ihr abonniere dich? Wundet ihr euch? Ich habe euch wieder eine Rolle, ich habe euch die Mäste. Ich bin auch alle!